Hallo, herzlich willkommen in der Speisenkammer im Burg im Spreewald. Mein Name ist Marco Guido, Küchenchef hier. Und wir kochen heute etwas winterlich Regionales, ein Wildschweinrücken mit Pastinake, Rosenkohl und Rote Beete. Also wir fangen an mit der Pastinake. Wunderbares Gemüse, etwas in Vergessenheit geraten. Und ja, Wintergemüse lässt sich auch wunderbar bei Frost noch draußen lagern. Und entfaltet eigentlich erst durch den Frost den wahren Geschmack, wird süßer und leckerer. Da wir immer wollen, möglichst alles vom Produkt zu verarbeiten, werden wir die Pastinake erstmal schälen. Aus der Schale ein paar Chips machen, was wunderbar lecker ist. Und ja, das restliche Gemüse als Würfel und als Püree. Dazu habe ich die Pastinake vorher kurz abgewaschen, getrocknet. Und dann schälen wir die einfach ganz normal runter. Also pro Portion rechnet man so ungefähr, sagen wir, eine Pastinake, weil wir alles davon verarbeiten. Also für vier Personen reichen jetzt vier große Pastinaken. Wenn sie kleiner sind, natürlich etwas mehr. Die Spitzen schneiden wir ab. Kann man wunderbar verwenden in einem Gemüsefond oder Hühnerfond. Gibt nochmal ein wunderbares anderes Aroma mit hinein. Und diese Pastinake werden wir uns jetzt erstmal zurechtschneiden. Das heißt, das Innere werden wir als kurz gebratenes Gemüse verarbeiten. Und die kompletten Abschnitte werden zum Püree. Somit haben wir dann quasi die ganze Pastinake aufgebraucht. Die Abschnitte grob würfeln. Nicht zu wenig Butter. Butter ist Geschmack. Und hilft dem Püree auch, dass es cremiger wird. Wer jetzt keine Pastinaken bekommt, der kann das Gericht natürlich auch abwandeln. Man kann Petersilie in Wurzel nehmen. Ähnlich der Pastinake. Man kann Topinambur nehmen. Man kann das Ganze mit Karotte machen. Mit Sellerie. Und die Zubereitungsart würde sich dadurch nicht ändern. Nur halt der Geschmack. Lassen wir die Butter zerlaufen. Passt die Naken dazu. Ganz wichtig ist halt, dass man es gleich salzt. Das Salz sorgt dafür, dass der Saft aus der Pastinake rauskommt. Das Wasser, was entdampft. Und ich habe umso mehr Geschmack in dem ganzen Topf. Wurde ich das nicht machen, hätte ich nachher ein wässriges Püree. Ist genau das gleiche Prinzip, als wenn man Kartoffeln kocht, die nicht richtig abdämpft und dann daraus Püree macht. Das würde mal wässrig schmecken. Das erreiche ich jetzt mit dem Salz. So, die Pastinake lassen wir jetzt nebenbei hier schön etwas in sich schmoren. Ja, das dauert so 10 Minuten mindestens. Man merkt, wenn sie weich ist. Und am besten ist immer die Nase drüber halten. Und wenn man gegartes, weiches, aromatisches Gemüse riecht, dann ist es soweit, dass wir da weitermachen. Ich kann ruhig etwas Farbe nehmen. Wenn Farbe nimmt, wird es natürlich umso leckerer. Wir machen weiter mit dem Wildschwein. Dafür habe ich hier einen Wildschweinrücken. Vom Jäger schon grob zerlegt. Also wir haben bloß noch den Rücken mit dem Bindegewebe und den Sehnen, die wir jetzt erstmal entfernen müssen. Wildschwein kann man natürlich einen Frischlingsrücken nehmen, vom Jungen Wildschwein, der aber meiner Meinung nach nicht so aromatisch ist. Ein schönes Wildschwein, so ein, Maximum zwei Jahre alt ist schon etwas Besseres. Die Sehnen schön vorsichtig entfernen. Dann immer, wichtig, ein scharfes Messer mit möglichst wenig Schnitten immer in der Sehne entlangziehen. Die Abschnitte kann man, wenn man noch Knochen hat, zur Soße verarbeiten oder einfach mit Gemüse zu einer Brühe auskochen. Das ist eine wunderbare Grundlage für Eintöpfe, was ja im Winter auch wieder was Tolles ist. Und da ja immer noch etwas Fleischreste dran sind, da ist da also extrem viel Geschmack dabei. Nehmen wir immer ein Auge auf die Pastinen und hacken. So, das ist für unsere Suppe. Jetzt haben wir den Wildschweinrücken. Machen wir dieses Gerät jetzt ja als Hauptgang ohne Vorspeise und so weiter. Wurde ich so ungefähr 200 Gramm Fleisch pro Person einkalkulieren. Wenn wir noch eine Vorspeise haben, etwas weniger, sagen wir 150 bis 160 Gramm, das reicht. Und dadurch, dass es ja wirklich gut gereift ist, man merkt das, es ist schön weich, aber auch trocken, haben wir nicht so viel Verlust, als wenn wir jetzt ein frisches Tier braten und auch viel Flüssigkeit austritt. Also 200 Gramm als Hauptgang reicht da ganz locker zu. Wir machen das jetzt portionsweise. Man könnte das natürlich auch, wenn man mehrere Personen hat, im ganzen Strang braten, was auch recht lecker ist, macht aber nicht viel Unterschied. Also wir machen jetzt das als einzelne Portion. Man merkt schon, unsere Pastillaten verändern langsam die Farbe. Sie werden gelblicher. Der Zucker, der da reichlich drin vorhanden ist, fängt an zu karamellisieren. Und man riecht das auch schon, dass sich jetzt etwas verändert hier im Topf. Wir braten den Wildschweinrücken an. Relativ heiße Pfanne. Zum Braten verwende ich ein neutrales Öl. Da kann man Rapsöl nehmen oder Sonnenblumenöl, weil das Fleisch soll ja nach dem schmecken, was es ist und nicht durch Öle verändert werden. Wir geben halt zum Schluss noch Aromaten dazu, um das Ganze zu unterstützen. Aber im Endeffekt möchte man doch, dass das Wildschwein nach Wildschwein schmeckt. Pfanne relativ heiß, dauert kurz. Der Kenner neigt das am Öl, wie das Öl in der Pfanne fließt, ob es heiß ist oder nicht. Ja, es sollte kurz vor dem Rauchpunkt sein. Wir würzen das Fleisch vorher leicht mit Salz. Wir braten das von allen Seiten schön an, bis es leicht braun ist. Ich will es immer vorsichtig anbraten. Das heißt, nicht zu heiß werden, weil es ja doch relativ fettarm ist. Und die Stellen außen würden mit dem Anbraten relativ schnell trocken werden. Also milde Hitze, sagen wir mal, wir sind so ungefähr bei 160 bis 180 Grad und dann passiert da nicht allzu viel. Lieber ein bisschen weniger anbraten und in den Ofen schieben als zu lange braten, weil die Außenflächen wirklich nicht gut schmecken. Also wir geben nur leicht Farbe, leichte Bräune, weil das tun wir dann aber nachbraten später. Wichtigheit für den Ofen, aus der Pfanne rausnehmen, damit keine Fremdhitze mehr einbringt, dass es linksherum Hitze bekommt im Ofen. Und dann geben wir das in den Ofen bei 90 Grad für ungefähr 15 Minuten. Kommt auch die Dicke drauf an. Und lieber ein bisschen weniger Hitze und länger, umso aromatischer und zarter wird das Fleisch. So, unsere Pastinac ist jetzt soweit, dass wir ablöschen können, was wunderbar in den Winter passt. Und zu diesem Wurzelgemüse ist Cherry. Man könnte auch weißen Portwein nehmen, aber ich bevorzuge Cherry nur ganz wenig, um keinen Cherry-Geschmack zu erhalten, sondern um den eigenen Geschmack dieser Gemüse zu unterstützen. Wir löschen ein bisschen ab damit. Dann schließen wir mit etwas Sahne auf. Lassen das Ganze auf kleiner Hitze weich kochen. Jetzt haben wir hier noch unsere Pastinaken, die zugeschnittenen, die wir nebenbei braten. Ganz wichtig, bei denen werden wir nicht gleich salzen, weil wir wollen ja nicht unbedingt ein weiches Produkt haben, was das Wasser rauszieht, sondern wir wollen einen Karamelleffekt außen haben, an der Pastinake, in der Mitte weich und wir würzen hier wirklich ganz zum Schluss. Dann haben wir wieder eine Pfanne mit neutralem Pflanzenöl und lassen die schön langsam braten, dass der Zucker karamellisieren kann, dass die Pastinake weich wird und eine, sagen wir mal, simple, aber leckere Gemüsebeilage gibt. Ich darf das mal wenden. Das kocht auch schön langsam ein, wird langsam schon breit. Jetzt wäre der Moment, wo man eine Gabel nehmen könnte, es zerstampfen, hätte man einen schönen Stampf. Aber wir wollen ein ganz feines Püree nachher haben. So, Pastinaken werden langsam weich. Man sieht, die wiegen sich durch. Ich bin hier schön braun geworden. Immer von der anderen Seite bräunen und hin zu färfen. So, wir schauen mal nach dem Fleisch. Man merkt, es ist fertig, es gibt auf Druck nach. Und ja, wer jetzt zu Hause sich nicht so sicher ist, könnte eine Nadel nehmen, reinstechen, zwei Sekunden warten, an die Unterlippe halten und wenn man das Gefühl hat, es ist warm, ist das Fleisch fertig. Wenn man sich die Lippe verbrannt hat, dann war es zu lange drin. Oder man sticht rein, zieht raus und wenn ein klarer Saft rauskommt, ist das Fleisch auch fertig. Kommt roter Saft raus, braucht es noch. Kommt gar kein Saft raus, dann war alles zu spät. Das lassen wir jetzt einfach an einem etwas warmen Ort, wo es nicht zu doll auskühlt, noch fünf Minuten stehen, dass sich das Fleisch wieder entspannen kann, dass der Saft im Fleisch gebunden wird, wenn wir es nachher schneiden, dass nicht alles rausläuft. Die Pastinake für unser Püree ist weich. Ich benutze eine Küchenmaschine, um das zu pürieren. Wer jetzt keine Küchenmaschine hat, kann es sehr viel Langeweile hat durch ein Siebstreichen oder, wie ich es erst schon angedeutet hatte, man nimmt eine Gabel, zerstampft es, man hat einen Pastinakenstampf, geschmacklich das Gleiche, nur hat die Konsistenz etwas grober. Ansonsten kein Unterschied. Also jetzt kann man die Konsistenz noch kontrollieren, wenn zu wenig Flüssigkeit drin ist, dass es nicht richtig püriert, noch etwas Sahne dazugeben. Wer es doch nicht zu fett mag, etwas berühre, aber ich nehme gerne Sahne, weil irgendwo muss ja der Unterschied sein, dass es im Restaurant immer doch etwas besser schmeckt als zu Hause. Gehen wir nochmal zurück in den Kopf, um es nochmal schön warm zu machen. So, wir müssen jetzt so noch unser Rosenkohl kurz braten und das Fleisch nochmal nachbraten, dass es wieder richtig schön heiß wird und wir aromatisieren das etwas. Sieern brauchen wir Butter, weil nur Butter überträgt, nur ein Öl würde das nicht funktionieren. Lassen wir die Butter wieder leicht aufschäumen, geben unser Fleisch dazu, würzen das nochmal nach mit Salz relativ großzügig, weil ja Salz nur außen ist und zum Aromatisieren etwas Rosmarin. Wir können noch Wacholderbeeren dazugeben, die den Wildgeschmack nochmal unterstützen. Etwas Thymian, was bei Schweinen immer gut kommt, ob es mal etwas Knoblauch, aber halt wenig, er soll nicht nach Knoblauch schmecken, von der Knoblauchzehe leicht andrücken, dass die ätherischen Öle raus können, mit dazugehen. Jetzt ist halt wichtig, dass man aufpasst, dass der Knoblauch und die Kräuter nicht verbrennen, weil sonst würde alles bitter werden. Das Fleisch kurz wenden und um jetzt nochmal etwas Kraft reinzubringen und bei Wildschwein wunderbar ist Kakao, also kein Kakao, um sich ein Milchkakao zu machen, sondern ein Backkakao, einen relativ bitteren, starken Kuchenkakao und damit das Fleisch leicht ansteuben. Hier vorsichtig, der Kakao verbrennt schnell, wirklich ganz zum Schluss. Von allen Seiten schön. Hier sieht man zum Beispiel, jetzt durch das Nachbraten, kommt nochmal die Bräune. Also man braucht das beim Anbraten, bevor man es in den Ofen schiebt, nicht allzu sehr braten. Dann nehmen wir etwa schon der Bratbruch darüber. Und fertig. Dann können wir auch unser Gericht schon anrichten. So, wir fangen an mit unserem Püree. Leicht über den Teller ziehen. Unsere angebratenen Pastinaken verteilen wir mit der die rote Beete. Jetzt wunderbar angetrocknet, innen saftig, außen getrocknet und hat jetzt komplett ihren Geschmack nochmal verändert. Ein Stück vom Baumkuchen. Unser Fleisch. Schwein lieber, Wildschwein lieber etwas mehr, aufgrund der Krankheiten, die da entstehen könnten. Wir haben noch unsere Rosenkohlblätter. Unser Speck-Zwiebel-Gemisch. Hier habe ich noch Zwerg-Orangen, eingekochte. Und als Soßenersatz nehmen wir diese Bratbutter von unserem Wildschwein mit dem Kakao. Und zum Schluss als Clou unsere vorbereiteten Chips, die jetzt, wie man sieht, schön fest sind. Und mal ein bisschen Leben auf den Teller bringen. So, das war ein kleiner Einblick in unsere Winterküche. Wenn Sie Appetit bekommen haben oder Lust, schauen Sie herein, seien Sie unser Gast, probieren Sie aus. Bei Fragen rufen Sie an, schreiben Sie uns eine Nachricht. Guten Appetit.